Das ist schon mal gut. Das ist kacke. Weil ich keinen Schockschaden mache. Mehr Money, das klingt gar nicht so schlecht. Und ein bisschen mehr Wasser. Kein Problem hier Heidi. Wollen wir jetzt keine frohe Nachricht bringen. Der hat zufälligerweise bei uns was. Sparkle, Sparkle. Shun, shun. Ich geh. Oh, du hast es ja noch nicht mitgekriegt, ne? Everyone listen up. The girls have agreed to fight by our side. Huzzah! The Pirates and the Federation Faction are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Gnatas! Auf geht's. Zur letzten Schlacht vielleicht. Ich bin gespannt, was noch auf uns wartet. Hat was von Toy Story? Giet's ja... Das ist ja... Das ist ja... Aber da... Donut. Ja, wir sinde ja... Ja, YouTube passt das schon mal. Okay. Jetzt töten wir wahrscheinlich die Känge erstmal. Okay, vielleicht noch nicht. Speichern wir mal vorsichtshalber. Komm schon. Komm schon. Platz doch endlich mal. Okay, ich muss nur die Analsonde nehmen. Kaputt hauen. Alles nehmen, was hier drin ist. Klein werden. Oh, wir haben... Ja, ich weiß schon. Wartos nehmen. Okay. Der verprügelt mir den Tod. Warte. Na, guck ich lieber in dem Rohr nochmal nach. Hä? Wo komm ich jetzt mit dem Rohr hin? Nee, damit könnte ich alles skippen. Das wäre ja langweilig. Das will ich nicht. Schätze ich jetzt mal. Vergiss nicht, ein Handtuch mitzubringen. Ich komm extra hier vorbei nochmal. Ich komm extra hier vorbei nochmal. Chakram. Schön. Jetzt Professor Chaos. Ach, das kann mich auch treffen. Wie machen wir das? Bumm. 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 Yeah. War das schon alles? Wie Macht verloren ist? Was kann das hier? Okay. Du hast so viel Leben. Das müssen wir ändern. Flop. Weg mit dir. Wartas. Hammer. Wüstung weg. Todesteins. Oh, er muss direkt laufen. Schade. Sehr schade. Ich komm ja gleich wieder. Bring es. Muss hier noch ein bisschen aufpassen. Heiliger Bono Schaden. Was soll das denn immer hier mit dem Wiederbeleben, ey? Schnauze voll. Weg mit euch beiden. Weg mit euch beiden. Weg mit euch beiden. Was ist los, Ladies? Weg mit euch. Oh Mann. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ist das schon alles, was ihr habt? Vielleicht. Vielleicht das machen, was ich immer am besten kann. Oh, ich verbrenne. Oh, doch. Professor Chaos. Ich bin. 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 Der Gerechte. Und volle Aufdrehung. Bam. Ich bin. Jetzt nur noch du. Oh, sweet. Haben wir keine Lust dran. Zack. Keine Lust dran. Keine Lust drauf. Abwerfen Die Frage ist, wie komme ich jetzt da hoch? Ok, wir haben Nagashiii Jetzt lassen wir es richtig hier abhängen Ja klar, die kommen einfach mal eben so da hoch Auf gehts ins Finale Okay, da ist der Pashii Skill Der hier wird reichen Tschüss Was hat der Typ da? Lass die Kleinen in Ruhe Oh, hier sind sie gerade zu zweit, niedlich Doktor Chaos, ich rufe dich Vielleicht kriege ich das jetzt mit Mama hin Na, vielleicht nicht dieses Mal So, was wollt ihr jetzt machen? Halt, Leute, ich glaub ich mich auch noch dran machen Hoho, das wird jetzt Schmerzer für dich So schmerze ich jetzt nicht genug Jetzt treten die den erstmal Begleiter Was, ich will nicht schießen, aber ich will die Sonne haben Danke Jetzt geht das alles klar Ach, ein Schuh Ja, komm ich nicht Dann machen wir uns mal klein Wofür haben wir denn die Kraft dafür? Oh Gott Oh Gott Oh, jetzt bist du 50 Kannst du dich verarschen? Achso, ich muss das aufmachen Ich muss mich sparen Ich muss mich sparen